Es ist gewisslich bald die Zeit, da Gott, der Sohn, wird kommen in seiner großen Herrlichkeit zu richten, büß und frommen. Dann wird er später müssen sehen, was er nie wollte eingestehen, wie es die Schrift beschreibt. Posaunen wird verhürend gehen an aller Welten Ende. Darauf bald werden auch verstehen, die Totengabehände. Die Armen noch am Leben sind, wird unseres Gottes Macht geschwind, verwandeln und erneuen. O Jesu, Herr, zur selben Zeit von wegen deiner Wunden. Das sicher Wort der Seligkeit wird eingezeichnet worden. Gott, dass ich's auf den Brüdern wein, mit dir geh in den Himmel ein, den du mir hast erworben.